Wenn das Infektionsgeschehen sich so weiterentwickelt, wie wir es jetzt in den letzten Tagen sehen, dann werden wir uns am 4. Januar wieder treffen. Die Länder werden vom 20. Dezember an ihre Verordnung bis zum 10. Januar fortsetzen. Das heißt, im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist, mit Ausnahme natürlich der Weihnachtsregelungen, die noch extra getroffen wurden, bis zum 10. Januar dann so.